Hi Leute, es ist nur ein kurzes Video. Ich wollte euch das zeigen, wenn ihr es noch nicht willst. Also ja, ich habe kein Live-Steam gemacht. Es tut mir leid, aber Leute, ja okay, ich mache es noch nicht mal. Wusstet ihr eigentlich, was passiert, wenn man hier rein will? Das werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Okay, jetzt geht es los heute. Wir zeigen euch jetzt. Ich weiß, ich habe schon lange nicht mal gespielt und Videos gemacht. Gespielt habe ich, aber Videos habe ich nicht gemacht. Aber so lange habe ich auch nicht gespielt. Okay, jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man da reingeht. Ich kann eigentlich auch auf. Man muss nicht bestimmt drauf gehen, sondern man kann auch einfach da reingehen. Und ihr seht, es leuchtet. Jetzt werdet ihr sehen, was passiert. Und jetzt ein Rift. Immer wenn ihr einen Rift braucht, geht ihr direkt hier. Ich habe einen ersten Video, das ist ein bisschen schwieriger, den Rift zu fügen. Und noch was, wenn ihr noch nicht wusstet. Also das hier ja, ich glaube schon, dass ihr wisst, dass das hier jetzt hier kommen muss. Man kann auch da drauf gehen und das war eigentlich noch, ja. Eigentlich sonst nichts. Doch, da auch. Ich habe jetzt einfach manche Sachen genommen. Und außerdem, wenn bei 100 Abonnenten, werde ich irgendeiner was schenken. Also, wenn ich jetzt 100 Abonnenten schaffe, kriegt ihr ein Geschenk. Ich meine, es ernst Leute, es ist kein Video. Okay, Leute, das war es mal mit dem Video. Es war nur kurz, ich weiß. Und außerdem, ich grüße meinen kleinen Bruder und so. Noch mein Geschenk. Und plötzlich... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.